Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Pfefferminz-Sirup. Ein Pfefferminz-Sirup ist eine wichtige Zutat bei der Bereitung von Cocktails. Das Ausgangsprodukt eines Sirups ist immer der Läuterzucker und den dementsprechenden, gewünschten Aromen, wie in diesem Falle die Minze. Für eine Flasche werden folgende Zutaten benötigt. 0,5 Liter Wasser 250 Gramm Zucker 50 Gramm grüne englische Minze Folgende Utensilien werden benötigt. Topf Feinsieb mit einem Passiertuch ausgelegtes Feinsieb Trichter 0,7 Liter Flasche mit Verschluss Schüssel Küchenwaage Messbecher Zubereitung Vorbereitung Alle erforderlichen Zutaten genau abwiegen bzw. abmessen und bereitstellen. Die Minze unter Kaltwasser abspülen. Sirup Wasser, Zucker mit der Minze in einen Topf geben und nach dem Aufkochen 15 Minuten durchkochen lassen. Den Sirup durch ein Passiertuch abfiltern und in eine Flasche abfüllen. Haltbarkeit Dieser Sirup hält sich im Kühlschrank etwa 6 Wochen. Sirup zum Parfümieren von Cocktails Bereiten eines Pfefferminzsorbets Diese Varianten gibt es Statt grüne englische Minze, Zitronenminze verwenden Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit! Prodel 10 gre drip 8 rec cluster Gerät азыв 200 75 67 67 71 73 Tat